Im vorigen Video habe ich über die ersten Schritte der Restaurierungsarbeiten an unserem kleinen Fachwerkhaus in Burlafingen berichtet. Das Unterfangen der Fundamente und das Aussteifen der Wände. Hier im zweiten Video geht es um die Arbeiten an Fassade und Dach. Das um 1800 erbaute Haus hatte wohl um 1910 einen Zementverputz erhalten. Bei dieser Renovierung wurde an allen Außenwänden das Flechtwerk entfernt und die Gefache ausgemauert. Die ungefähre Datierung dieses Umbaus war dadurch möglich, dass wir in der Ausmauerung der Gefache Steine fanden, die eindeutig vom Abbruch der Bundesfestung Ulm auf Neuulmer Donauseite stammten. Es waren Steine, die Gesimse auf den sogenannten Eskarpenmauern bildeten. Bei diesen Bauarbeiten wurde auch die alte Fensterfolge geändert und es wurde massiv ins Fachwerk hineingesägt. Schon auf diesem Foto sieht man übrigens, dass Feuchtigkeit aus dem Boden die Wände hochkriecht. Und wegen des hohen Diffusionswiderstands des Zementputzes staute sich zudem Feuchtigkeit aus den Innenräumen im Fachwerk. Folge war weiter unten Feulnis, weiter oben Schädlingsbefall. Eine zweite Renovierung des Hauses um circa 1970 hatte offenbar das Ziel gehabt, das Fachwerk wieder freizulegen. Der Abtrag des Verputzes in den oberen Geschossen muss aber ernüchternd gewesen sein. Die Balken waren verwurmt, verfault und mit zahlreichen Nägelchen zum Halten des Zementputzes gespickt. So entschied man sich damals zum Andeuten der Balken durch Bretter, zwischen denen wieder verputzt wurde. Wir entfernten den Putz, die Bretter und die gesamte Vermauerung. Was blieb, war oft recht wenig. Doch dank des klaren und logischen Aufbaus des Fachwerks war es leicht, die fehlenden oder beschädigten Teile zu ergänzen. Aus Sparsamkeit verwendete ich für die Ergänzungen gar kein neues Holz, sondern alte Balken aus Hausabbrüchen in der Umgebung. Die Gefache füllte ich mit Dämpfstoffplatten. Das Material würde ich heute dichte Meternalfaser oder Heraklit nehmen. Auf die Platten brachte ich erst flexiblen Fliesenkleber, mit Glasfasergewebe verstärkt auf, dann verputzte ich mit Kalkzementputz. Alles frei improvisiert, aber es hält nun schon seit 20 Jahren so. Ein echtes Highlight waren die neuen Fenster. Schöne Holzfenster mit glasteilenden Sprossen, hergestellt im benachbarten Elchingen. Im Inneren lasierten wir die abgebürsteten Balken, besserten den Kalkputz am Flechtwerk aus und strichen die Gefache einheitlich weiß. Die Deckenverkleidungen waren auch noch zu erneuern und verschiedene Installationen zu verlegen, dann war das Haus beinahe beziehbar. Aber eben nur beinahe, denn ein Badezimmer fehlte ja immer noch. Jetzt war der Zeitpunkt für großes Gerät gekommen. Ich brach das alte Klohäusle mitsamt Grube ab. Im Anbau klaffte nun ein Loch. Dort wurde abermals ein Betonboden hineingegossen und die Wand neu aufgemauert. Bei dieser Gelegenheit verbaute ich die historischen Simmssteine der Ulmer Renaissance-Festung wiederum als Gesims. Dieser neue Raum wurde nun das Bad. Die dort vorher gelegene Haustür war ja nicht mehr nötig, da ich sie an die alte Stelle an der Straße zurückverlegt hatte. Jetzt sah das Haus schon einigermaßen gut aus und wir konnten einziehen. Manches war anfangs noch recht spartanisch, doch das besserte sich schnell. Wir hatten Internet, noch bevor es ein Klo mit Wasserspülung gab. Und gebadet wurde eine Zeit lang immer noch auf die alte Art. Angesichts des erwarteten Nachwuchses wollten wir innen noch die Dachräume ausbauen. Doch dazu musste in erster Linie das Hauptdach mit der hässlichen Pfannendeckung erneuert werden. Der Dachstuhl war sehr verwurmt und war seinerzeit nur mit sehr dünnen Balken ausgeführt worden. So blieb hier nur der vollständige Austausch. Wir öffneten das Dach Feld für Feld, bauten die alten Sparren aus und die neuen ein. Die Kehlbalken der neuen Sparrenpaare setzte ich 16 Zentimeter höher an als die alten, denn die lichte Höhe betrug im Dachraum zuvor nur 1,75 Meter. Da die höheren Kehlbalken dadurch aber nicht mehr auf den Räumen aufliegen, waren kleine Zwischenstücke nötig. Zu guter Letzt kam noch eine über zwei Felder gehende Schleppgaube auf der Südseite hinzu. Ein echtes Richtfest feierten wir schließlich auch. Es war ein regnerischer Sommer und wir hatten viel Ärger mit durchziehenden Regenschauern. Immer nach dem Aufrichten von zwei Sparrenfeldern wurde verschalt und darauf mit Folie abgedichtet, was eine umständliche Bastelei war und nicht immer erfolgreich. Ein legendärer Wassereinbruch mitten in einer stürmischen Nacht bescherte uns gehörig nasse Füße im Bett. Doch als die Abdeckung endlich drauf war, hier brauchte ich die Hilfe einer Firma, waren alle Ärgernisse bald vergessen. Es sah nun richtig gut aus. In den folgenden Jahren erlebte das Haus drei Kleinkinder, die schnell größer wurden und musste Stück für Stück auch an die sichergebenden Anforderungen angepasst werden. Zuletzt bauten wir den Dachraum des Anbaus aus, damit für fünf Leute und zwei Katzen genug Platz da war. Die Erschließung dieses Dachraums kostete uns einiges an Nachdenken, da anfangs gar keine Treppe vorhanden war und eine Verbindung mit dem Hauptdachraum sehr schwierig war. Doch lösten wir diese Probleme schließlich auch und hatten am Ende ein Haus, das bis auf den letzten Quadratmeter trickreich ausgenutzt war. Auch den Garten richteten wir uns gemütlich und kindertauglich her. Allerdings war das Haus irgendwann für unsere wachsenden Kinder zu klein und wir mussten in unser größeres Haus in der Theatergasse in Ulm umziehen. Beim Auszug hatte ich die Gelegenheit, das Haus nochmals insgesamt zu dokumentieren, wovon ein nächstes Video handelt.